Ich könnte jetzt noch abmäzen, aber ich weiß nicht, wo der andere ist. So, wie, was, acht Meter, wo, aber wahrscheinlich oben, oi oi oi, wahrscheinlich über mir. Was ist das? Ja, rennst du mal, renn, Willi, 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 die Erdbeerflocke, boah, scheiße, Mann, was ist das, was ist das, da frag ich noch so doof, ah. Da geht einmal viel, äh, Terrorist gesehen, scheiße, haha, Terrorist. Da fällt ja nie um, habe ich gedacht. Ja, na, komm wieder zurück, komm wieder zurück. Ja, ich auch. Dann wollen wir was zum Aufladen hier. Zwei Ziele. Zwei Ziele. Ach, der Fett. Zwei Ziele. Zwei Ziele. Zwei Ziele. Was ist das? Ach, komm mal weg hier. Guck mal, ob ich die Chance habe, von hier unten den zu sehen. Da hat sich diese feige Sau da oben verstockt. Versteckt, meine ich, verstockt. Wie lange ist der da oben? Ah, der ist da oben. So. Ich denke nicht. Irgendwo versteckt sie ja noch so ein Norbert. Das ist doch hier drin wahrscheinlich. Äh, Freunde. Oder? Oh. Close, Close, Close! da schauen wir uns aber noch ein bisschen um die musik noch läuft sie kamen nicht hinterher okay ich habe nichts gesagt wahrscheinlich noch zu leben aber wird kein signal die rübe weggebrezelt ja die musik ist interessant ihr macht das ganze schon ein bisschen lebhaft gibt es doch nicht willst du mich verarscht ich schieße die ganze zeit oder passiert nichts ganz schnell ja jetzt wie sich die augen aus also mega panzer was hatten die denn für eine panzerung krasses pferd aber dann auch noch eine wohnung wieder panzerung das wäre jetzt mal nicht schlecht aber jung junger der hat aber eine fette panzerung gab die hätte ich auch mal ganz gerne da war die hier zentrale wo eigentlich wo sich keine auffällt komisch wo sind die alle hin aber endlich mal kurz alles klar den haben das ist schön was sagt er die karte okay irgendwie hier da war doch was das brauchen wir nicht ach das war auch nicht der brauche ich später jetzt nicht da jetzt nicht lang da auch haben wir das schaffschutzgewerf gemöbelt ich sehe nur noch rot romanz sage hoch obana die soldaten des regimes sind ziemlich temperamentvoll ich wollte einem von ihnen von meinem fenster aus einem blumentopf auf den kopf schmeißen leider daneben der freunde dabei wir haben eine tür eingetreten ich sagte es wäre ein unfall gewesen aber sie schlugen und bespuckten mich ich brauche leute auf die ich mich verlassen kann wie meine großeltern sie können nicht kämpfen machen wir nicht so was nicht so was ja ist ja gut okay haben wir uns das mal wieder rein käse schade ja da kommen wir nicht weiter was ist hier aufzug jetzt mal der leiter sind wir runter gekümmt doch und müssen wir hier müssen wir lang halten und rein Raumanzug. Ne, brauchen wir nicht. Da haben wir 100. Okay. Cool, cool. Sehr nice, supergeil. Okay, dann müssen wir. Nehmen wir mal den Raumanzug. Wir sollten ja uns einen Raumanzug mit einem Luftfluss zu werden. Okay, hier. Ihr habt noch seine puren Hand. Ihr habt da nicht gesehen, die Hände. Die Hände hatten keine... Ach du Scheiße. Mondbasis. Mondbasis. Die Mondbasis wurde im Jahre 1956 erreicht. Sie befindet sich in einem uralten Krater, der als die glimmende Schale bekannt ist. Okay. Wenn das so ist, sieht auf jeden Fall mal geil aus. Geile Optik. Da haben sich die Macher von Bethesda, Bethesda, mal richtig keine Mühe geben bei Wulfenstein. Oh, Alter, ist das eine geile Grafik. Why? Aber kann hier halt... Porno... Okay, wir können hier aufladen. Oh, oh okay. Das ist ja... Ah, oh, man kann sogar... wie geil direkt mal wieder aufladen so wieder aufladen die aussicht die muss ich mir das gerade bei ihm geben ist das porno da ihr guckt euch das an ich finde das ja könnte ein bisschen schärfer sein durch durch die durch den helme wie sie ja das war umfragen hier etwas schärfer sein sowieso digital aber so sieht das auch schon mal nicht geil gemacht aus mit dem schatten und so mega geil ich wäre so porno drüber gefallen wenn ich davon den zweiten teil testen dürfte als produkt ist aber noch so eine fliegende dingspunkt guckt euch das bild man sieht das nicht geil aus mal eben das nicht so ein bisschen ein bisschen hier drüber heftig geil gemacht heftig da sagen wir nicht volle pulle mit zielen was soll man hier goldener kelch was haben wir da okay das war wahrscheinlich was immer von der dringung mit allen metallen silberner aber dabei gehen erst mal da runter würde ich sagen oh nein 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 verkackt da war ich zu weit nein das ist scheiße scheiße mit erdbeeren ich krieg von erdbeeren nie genug ja oh mein gott komm lili komm ja ja ich habe » candy ist wir rein ich